Okay, weiter geht's, Leute. Weiter geht's, weiter geht's. Okay, ach, ich hasse Feldweb so sehr. Okay, komm. Ich glaube, diese Technik mit dem Headset macht dann jetzt öfters. Mit dem anderen Headset gab es manchmal so viele Probleme. Man hat dann so manchmal, ich glaube, ich eingeatmet, äh, nicht eingeatmet, nein, reingeatmet habe, außer sehen. So kurz ein Krr gehört. Ob der andere ist eingeschlafen, äh, eingefroren meine ich, nicht eingeschlafen. Und es leckt wieder so sehr. Und es leckt nicht so sehr. Aber ich habe auch gelesen, dass man Kinderharts, ob der Smooth-Memulator nicht gut spielen kann. Weil es, äh, von Sound her, von Sound her ist es gut, aber es leckt. Der einzige Nachteil. Dunkler Barren. Ablegen. Was machst du da, du kleine Schlepplinde? Okay. Wir können da durch. Da war doch diese Tee-Party. Ja, ich wusste es doch. Okay, Eis-Pflanzen im kleinen Format. Egal, die brennt wenigstens. Komm, stirb mal eine Runde. Hallo? Da oben sehe ich was. Kommst du mal her? Okay. Los geht's. Komm. Ja, ist erstmal alles hier runter. Und das bringt dir auch was, wenn ich Herzen sammle. Bis später. Hallo? Komm. Dankeschön. Komm, Wunder, Db. Oh, Mann. Oh, Mann. Das konnte ich nicht durch die Tür durch. Okay, dafür muss ich höher springen können. Ich komme doch durch diese Tür. Okay, da war es ein anderer Kindhartsteil. Irgendwas konnte man auch hier untersuchen. Oder gar nichts. Ach ja, die Pflanze gab ich auch noch. Hallo? Stirbst du mal eine Runde? Naja, komm, nochmal Feuermagie. Ich weiß, ich kann es auch, aber ich will es nicht. Okay, jetzt ein Anstein. Gab es nicht auch hier einen Gegner? Dann habe ich das... rein mit uns. Okay, dann gibt es noch jetzt zwei Wege, die wir jetzt benutzen können. Ach ja, den einen habe ich doch total vergessen. Den hier. Okay. 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 Wenn ich schon Feuer habe, werde ich das auch benutzen. Und dann nochmal. Ich mag die rosa Kindhartte nicht, aber es gibt auch einen schlimmeren Gegner. Der ist so eklig. Das ist mein ekliger, ekliger Gegner. Der ist nicht stark, aber es ist eklig, den zu besiegen. Oder wie ihn meinen besiegen muss, ist er. Ähm, mir ist egal, wo du bist. Okay, wo bist du, Fixer? Du wolltest es jetzt. Ich wollte dich in Ruhe lassen, aber nein. Du dachtest wohl, du musst dein Herzmusen Ehre hier verteidigen, aber nee. Diese Ehre hast du schon nix verloren. Die hast du schon nix verloren. Hier ist auch eine Blume mit einer rosa Konzert. Okay, dann hatte ich fast alle, dann fehlen wir noch, glaube ich, jetzt insgesamt zwei, die ich jetzt töten muss, den ist. Wie simpel der ist. Ich verflüge ihn einfach nur so. Das fliegt irgendwie zu hoch für mich. Komm, roll an die Runde. Haben wir jetzt alle? Tigergatze, hey. Bravo, bravo, ihr habt gewonnen, wonach ihr gesucht habt. Aber eine Suche steht noch raus. Hm, ich frage mich, ob ihr... Ob ihr euch fragt, wo er wohl sein könnte? Es wäre erheblich leichter, wenn du uns sagen würdest, wo wir suchen müssen. Tja, wir Tigerkatzen wissen alles, verraten es aber nicht immer. Was ihr sucht, sitzt in einem Vogelkäfig, während Tigerkatzen meistens falsche Fährten legen. Vogelkäfig, wisst ihr noch den Käfig, den ich am Anfang des letzten Videos gezeigt habe? Das war hilfreich. Ja, war es eigentlich. Der letzte ist in einem Vogelkäfig. Und ein Vogelkäfig ist... Da. Schade, dass ich nur eine Kiste hier noch finden müsste. Wieso kommt ihr eigentlich wieder, hallo? Ich hab euch doch getötet. Wieso kommt ihr wieder von mir? Hätte ich auch doch getötet, hallo? Dann kommen die immer wieder, hier, herzlose. Dann ist das Kacke. Dann hab ich gar keinen Bock, sie zu besiegen. Ich dachte, wenn ich die einmal besiegte, kommen die nicht mehr wieder. So, 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 so. Vogelkäfig. Komm, langsam runter. Und da, wo ist der Krapichis? Äh, nicht großer Karpichi, großer Konzerto. Wieso ist das mit dem schon geht auch noch in diese Ecke, hallo? Und der hat mich blind gemacht. Darf ich los zu büßen? Mit Eis. Was, jetzt war das meine... Ist das jetzt mein Eis oder sein Eis? Ach, egal. Komm, töten. Der letzte von denen. Ich glaube, es gibt noch eine weitere Mission, wo man noch große Konzerte noch mal töten müsste. Aber die sind für easy. Zeige ich hier. Spielsatz und Sieg. Und wieso hat der eine andere Schlüsselschwert? Wieder eine Mission erledigt. Ausgezeichnet. Ihr habt euer Zielfeder gefunden. Woher wusstest du? Äh, wo sie sind? Hast du irgendwas mit den Herzlösen zu tun? Ja, oder vielleicht auch nicht. Was ist richtig? Ihr müsst entscheiden. Er hat nichts mit Herzlösen zu tun. Er ist einfach eine verrückte Katze, die auf Drogen ist. Die Katze ist ein wandelndes Fragezeichen. Niemand zeigt von Anfang an, welche Karten er auf der Hand hat. Du musst deine Gegner beim Geben und Nehmen überlisten, um dahinter zu kommen. Um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube kaum, dass du die Katze in absehbarer Zeit überlisten wirst. Also entschuldige mal. Ja, lass uns gehen, Roxas. Lass uns gehen. Okay, hat mich geheilt? Dankeschön. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich hoffe, die Herzlösen komme ich nicht wieder. Ich habe keinen Bock. Trink mal. Ist hier kein Absicht? Aber anscheinend nicht. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Zurück zum Schloss. Hm, der kleine Roxas nimmt nach. Okay. Axel, wegen Schion. Zeiss hat mir erzählt, was heute im Morgen passiert ist. Warum hasst er sie so? Du solltest du dich mal hören. Er kann doch nicht hassen. Er hat doch kein Herz. Wieso tust du das? Reden, als wärst du eine normale Person. Er kann's halt. Warum? Ähm, was hab ich denn auch... Was hab ich denn gesagt? Ich weiß nicht, wie die normale Leute reden. Ich meine, manchmal hörst du dich echt an, als wärst du verzweifelt oder so. Als ich sie da hab liegen sehen, hatte ich Angst. Sie würde nie wieder aufwachen. Das wird sie sicher. Sykes hat gesagt, sie wäre kaputt. Was meint er damit? Hm. Wenn dich das aufheiterst, ich bin wahrscheinlich viel kaputter als sie. Geistesgestatt. Tada. Sykes weiß etwas über sie. Warum sie und ich im Besonderen niemanden besöhnt. Nimm dabei niemanden besöhnen. Tja. Ich kann ihn mal ja fragen, wenn es ihr so sogar schlaflose Nächte bereitet. Echt jetzt? Echt? Ja, echt. Mensch, setz dich hin. Ich werde fragen, aber macht ihr keine großen Hoffnungen? Klare Antworten sind nicht gerade seine Spezialitäten. Wahrscheinlich würde er es eher dir erzählen, als mir. Stimmt. Hoffentlich wacht sie bald wieder auf. Können wir jetzt nicht die Katze ziehen? Mit Axel und Sykes? Hey, das wäre nicht nötig gewesen. Ich hab dich gewarnt. Du solltest dich da auch raushalten. Und ich hab dir gesagt, dass ich das nicht kann. Ich muss wissen, was mich hier los ist. Warum kannst du nicht einmal ehrlich zu mir sein? Hm. So wie du immer ehrlich zu mir bist? Hm, da hat er dich. Okay, da hast du mich aber erwischt. Chirn hat kein Recht zu uns zu gehören. Warum nicht? Was seht ihr beiden bloß in diesem Ding? Seht es euch doch bloß mal einmal an. Ach, diese Musik ist so traurig. Ja, okay. Dunkler Barren, Pyrostein, Schnatzstein. Ja, okay. Tag 173. Lügen. Wer überbreitet dir Lügen? Ich nicht. Axel. Da ist Zeugs, der Wichser. Hey, Roxas. Hast du etwas über Schirn rausgefunden? Ich hab mit Zeugs gesprochen. Wirklich? Was hat er gesagt? Seine Lippen waren verschlossen. Tut mir leid, Mann. Ich hab's versucht. Schon okay. Aber er sagte, es würde das mit dem Kaput zurückgehen. Wenn sie sich als fähig erwiesen. Das Beste, was du für sie tun kannst, ist weiter gute Arbeit zu leisten. Werde ich. Danke, Axel. Das sind tolle Neuigkeiten. Das war eine Lüge, Axel. Tut mir leid, Roxas. Du Lügner, du. Ja, das hab ich auch schon rausgekommen. Okay, dann kann ich jetzt das machen. Mit dem Purzelbomb. Ähm. So. Warte mal, Purzelbomb war da oben. Das muss weg. Dann kann ich das andere. Hier machen. Und dann. Okay, Purzelbomb, Stufe erhöht. Rucksäcke hab ich nicht geliegend. Ich muss mal kurz mal das ansehen. Aber erstmal mit den Leuten, die hier reden. Vielleicht haben wir irgendwas für mich. Eine neue Mission oder so. Spielst du hier dann immer noch? Daniels reden? Mach was. Oder was passiert ist. Mann, was ist passiert. Zeit zum Spiel, Rucksäcke. Ich hab was gemacht, was ich... Okay. Geht klar. Ich hab irgendwas gemacht. Herr, Rucksäcke, hast du an der Waffe was verändert? Sykes meint, er hat deine Spezialmission für dich. Aber... Ich denke, dafür brauchst du eine Waffe mit mindestens drei Einheiten. Zur Sicherheit. Für die Mission brauchst du eine Waffe mit mindestens drei Einheiten. Zeig her. Hey, nettes Teil. Die Waffe sollte ausreichen. Nicht, dass ich irgendwelche Zweifel hätte, aber weißt du? Ach, was soll's. Ich sage, Sykes, dass du die Mission annehmen kannst. Eine neue Mission ist verfügbar. Ich wusste es doch. Berichte, droht sich da gebucht. Schirn hat bei ihrer Mission versankt und schläft sie jetzt tief. Ich dachte, sie hätte mich auch angelogen, aber als ich nachsah, schlief sie wirklich. Ich hab ihr eine Muschel auf das Kaufkissen gelegt, so wie sie's bei mir getan hat. Sykes hasst sie. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht weiß sie ja mehr über sie als die anderen. Auf der heutigen Mission waren wieder diese Bilder da. Wieder der gleiche Junge in Rot. Er muss wohl ein Wunderland gewesen sein. Ich versuche immer noch herauszufinden, was ich da eigentlich sehe. Was siehst du denn da? Das weiß ich nicht. Aber wir speichern ab. Okay. Und wir gucken uns mal die Mission an, die wir jetzt bekommen haben. Die nächste Mission finde ich in der neuen Welt. Durchausüber... Ach so. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Sammle Herzen. Wie sehe ich die Wendburger? Wie sehe ich die Doppelklinge? Die selben Organisations-Emblems. Leck mich spiel. Oh, ich hasse das. Komm, das mache ich in dieser verfickten Mission noch. Ich schätze mal wieder an deiner... Ja, ja, ja. Oh, ich hasse das. Ich hasse das so abgrundtief, diese Mission. Diese ekligen Mission, ich hasse sie so sehr. Ich weiß nicht, wozu man das... Wozu da ist. Ich verstehe es nicht. Man hat nichts davon. Man hat echt nichts davon. Von diesen ekligen Wichs... Emblems. Man hat nichts davon. Sie kann nutzen von diesen Emblems. Nichts. Ja, toll. Okay, komm. Was macht dieses Riesenteil hier? Ach, Mann. Ja, Stufe ist jetzt runter. Ach, Mann. Leck mich doch, du verdammtes Ficksteil. So, weg mit dir. Okay, die ersten Beschissen am Auto anvisieren jetzt. Hallo, schön, meine Runde. Ich hab keinen Bock mehr. So doll kein Bock mehr. Ey, diese Mission ist immer so unnötig. Diese Mission ist immer so unnötig. Komm, stirb mal eine Runde. Verdammt, Mann. Ja, ist klar, Leute. Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch schon ganz und gar nicht. Ey, das ist mir so egal, was ich jetzt in der Mission bekomme. Ich gehe einfach jetzt weg. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. So ist nur die Emblems. Okay. Die ganzen Gegner sind mir so egal. Abzeichen. Dann geht's. Dann, können wir mal wieder das... Oh. 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 Ich soll mal eine perfekte Route machen, um die ganzen Endems zu bekommen. Okay. In dieser Mission will ich das jetzt zu Ende bekommen. Okay, ich muss mich gerade konzentrieren. Geschafft. Aber noch nicht ganz. Okay. Eine Truhe habe ich. Ich möchte hier noch eine Truhe. Die letzte da vorne. Oder da hinten. Okay, die letzte. Ich versuche einfach mal hier mein Glück. Und lande ich. Achso, so kommt man an die hier. Verstehe. Okay. Ich werde noch die letzte Truhe holen und danach sehen wir uns draußen. Komm. Es ist mir egal, was mit den Herzlosen jetzt da ist. Ich will jetzt nur hier durch. Diese Emblem-Sammlungen und Dinger hier. Das ist so eine Cut-Mission. Die sind so unnötig. Echt einfach noch unnötig. Ey. Ey. Okay, das war unnötig. Aber so ein kleines Stückchen war. So ein kleines Stückchen. Ey, das ist nicht fair. Ey, das ist so nicht fair. Das war ein kleines Stückchen, das gefehlt hat. Das ist nicht fair. Das ist so jetzt... Ey, Leute. Das ist so ein Geschiss jetzt. Das ist so ein weltweichiger Geschiss. Ey, so ein kleines Stückchen hat nur gefehlt. Das bist du, die Riesen-Version von deinem kleinen Bruder, oder was? Schlauer Affe. Okay. So. Klärt. Wo soll die letzte Truhe sein? Ach, ja, da oben. Um da hochzukommen, muss man höher springen können. Aber ich kann's noch nicht. Also ist mir das egal. Aber wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017